Ist das nicht toll? Man sieht alle Server auf denen ich drauf bin und da steht Kodierung überlastet. Ich weiß nicht warum aber gut. Minecraft, wie gucke ich? So! Irgendwas mit Tönen und Klippen. Keine Ahnung, ich will kein Minecraft. Hört man mich da auf? Hallo, ich bin Höre. Da steht immer noch das, was da stand. Man hört dich. Guten Tag, hört mal meine Musik. Brücke P zum Öffnen, soziale Interaktion. WTF, das war vorher nicht so. Gut. Chat-Nachrichten von dir ausgeblendet. Ja. Alter, ich kann dich blocken. Wo sind wir? Irgendwo. Ich habe mich auch nicht umgeguckt. Wie bist du? Ich bin hier unten. Mist da oben. Ach da, guten Tag. Wir sind an der Klippe. Das sieht aus wie ein... Was? Wie ein Herr der Ringe. Ah. Warte, ich muss mal eben hier die... Sichtweite auf 48 Blöcke erhöhen und die Simulationsweite auf 32 Blöcke erhöhen. Irgendwie hat das nicht weitergemacht. Muss ich da noch was drücken? Nicht, dass ich wüsste. Gab es da nicht einen Knopf, damit man alles neu lädt? Äh, F3 und A. F3 und A? F3 und Shift, oder? Nö. Nö, der macht da nichts. Ich sehe da hinten halt immer noch bis dort, wo das Wasser ist und dann hört es auf. Ich glaube, das wirkt einfach nur so kurz, weil das jetzt größer ist. Keine Ahnung. Hä, aber das sollte dann ja trotzdem was ändern. Shader aus. Ja. Was machen wir hier jetzt? Die Sounds sind sehr laut. Ich muss mal eben... Fanden die auch so laut, als wir Dingens gespielt haben? Äh. Hoffentlich nicht. Ist aber schon besser. Ist zwar immer noch ein bisschen lauter, als es sein sollte. Ja. Das reicht ja. Bauen wir uns wieder zusammen ein Haus, oder? Hätte ich jetzt gedacht, aber wir können auch auseinander bauen, wenn du willst. Und wir überhaupt hier ein Haus bauen. Das sehe ich einfach aus. Und wir überhaupt hier ein Haus bauen. So über die Klippen. So über die Klippen. Das sollte ich ganz fragen. Äh, wollen wir hier auf der Seite für die Klippen oder auf der anderen? In der Mitte? In der Luft? In der Luft? Doch so auf so einer Brücke. Ja. Dann kannst du noch Bungee Jumping nach unten machen. Ja, du ist so baustisch. Mit dem Bungee Seil. Mit dem Seil. Boah. Dann sagst du das Bungee Jumping aber eigentlich bleibst du da nur hängen. Ja, du kannst dich nicht anbilden. 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 Bilden. Und habe ich... Okay. Ich finde es schön, wenn ich hier immer auf zufällige Musik drücke und dann trotzdem immer nur alles in einer Reihe abgespielt wird. Übrigens, ich weiß nicht, wie wir das dann machen, wenn wir ähm, gehen wir jetzt wieder weiter bei dem alten Sprecher Standort spielen wollen. Weil der leckt ja sehr. Da muss ich noch gucken, wie man das aufbessern kann. Aber ich fände es ja schon cool, wenn man das irgendwie zusammenfügen könnte. Mit World Edit wird es wahrscheinlich gehen. So. Wollen wir jetzt auseinander bauen und zusammen? Weiß ich nicht. Ich war auch nicht. Kommt drauf an, was wir ähm, dann damit machen werden. Da unten ist ne Höhle. Was? Da unten ist ne Höhle. Ja. Ich baue erstmal ganz viel Holz, ja. Es wird schon wieder Nacht. Ich weiß. Soll ich Tag machen, weil wir gerade zu streamen begonnen haben? Nur wenn uns das stört. Wir sind hier doch eh relativ nah an unserem Spawn, oder nicht? Okay. Ich weiß. Warum passiert es mir jetzt hier die ganze Zeit, dass mein Schlag zurückgesetzt wird? Nein, die Trado scheiße ist. Wollen wir weit oben wohnen, oder weit unten? Oben. Oben. Ich will, ich will da hinten auf dem neuen Biom da wohnen. Aber vielleicht erst morgen. Oben, wo die Leer dran sind? 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 Ja. Übrigens wurde jetzt gemacht, dass Monster nur noch bei Lichtstufe 0 glaube ich spawnen. Null? Entweder 0 oder 1. Null? Null. Also man muss viel, viel weniger ausbleuchten. Alter, wie oft gucken wir hier jetzt Pokémon Mystery Dungeon hintereinander. Ja. Die haben Playlist als Zufallsmix einfach ausgemacht. Gut. Ich hasse dich YouTube. Was soll das immer? Komm, brauchst dich nicht wundern, dass ich woanders streamen. Und ist dann trotzdem auf YouTube hochland. In der Steinzeit. Äh, naja Ewigkeit. Pack deine Sachen. Sei bereit. Ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen. Fängt es an. Nächster später. Doch mit Träumen, das ist klar. Ich bin nur ein großer Träumer. Mit Träumen. Doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann, während dann meine Träume war. Ich baue mal ne äh, äh, Dingens. Der Ofen. Ja. Warum kann man sich eigentlich nicht das Kupferwerbzeige machen? Keine Ahnung, weil Kupfer nicht das beste Werkzeug scheinbar ist. Ich mein, guckst du an, das sieht aus wie Möhren. Was? Das sieht aus wie Möhren. Hm. Ich bin, klar, natürlich ist Kupfer um einiges weicher als Eisen, aber es wird trotzdem historisch daraus Werkzeuge gemacht. Schlechte Werkzeuge. ne? Echte Werkzeuge. Und später. Und Messer. Chips und Bier. Warum schickst du mir gerade ne E-Mail, dass irgendein Streamer, den ich nicht kenne, GTA 5 spielt. Twitch schickt mir nicht, äh, gar keine E-Mails mehr. Ja, ich glaub ich hab das geblockt. Geblockt und gemeldet. Wegen Hass. Ja, ich hasse E-Mails auch. Roh aus Eisen sieht immer aus wie Käse. Roh aus Eisen. Roh aus Eisen. Eisenhauer. Was sind die Eisenhauer? Die Meisenhauer. Hast du schon ein Monster gesehen oder gehört? Äh, ne. Ich auch noch nicht. Sekunde. Was braucht man für Kupfer um das abzubauen? Ah. Äh, Stern. Da unten sind Drowned. Bauer. Die machen schöne, äh, äh, Toilettengeräusche. Ja. Ja. Das tun sie. Oh. Du warst Gravel. Hallo. So, ich hab mal eben Kohle gemacht. Und Kohle geholt. Ja. Irgendwann werden dann, äh, Tröme war. Hier ist Wasser. Ja. Was ist hier Wasser? Was ist hier Wasser? Gute Frage. Das ist hier gespawnt. Das ist so ein einzelner Block. Bruder. Bruder. Komm mal. Komm mal hoch. Gleich. Kupfer war mal total selten, fand ich. Jedenfalls dort, wo ich war. Ja, das wurde, äh, gemacht, dass es mehr spawnt. Weil es halt zu selten war. Ja, oder weil ich überall schon war und es deswegen nicht gespawnt ist. Das auch. Und dann hab ich's einfach direkt unter, ähm, dem Ikea gefunden. Stell dich mal dein dieses Loch. Gut. Das hat mir vier Herzen Schaden gemacht. Ja. Ja. Ja, das hat es. Mit dem kann man jetzt auch Backtraps machen. Denn wenn ich hier draufgehe und jetzt springe, dann bekomme ich Schaden. Wenn ich von Höhe springe, dann bekomme ich mehr Schaden. Wie wollen wir das denn am besten dann umsetzen mit Monstern um uns herum? Ja. Ja. Also am besten wird's ja, also kann, kann man dir auf Trichter drauf stellen? Ich glaub nicht. Oder? Keine Ahnung. Man kann dir auf jeden Fall auf Gravel draufstellen. Heißt, das ist keine Meldings. Meldings. Die Trichter können es ja auch unter einen Block tun und trotzdem wird da drin aufgesammelt. Also da könnten wir eventuell machen, dass wenn genügend Tiere... Doch. Ich glaub, ich glaub die Kamen. Ich glaub die Kamen noch. Nen Trichter packen. Keine Ahnung. Ah, da, äh. Hinten geht die Sonne auf. Gut. Das. Ich hol mir was zu essen. Okay. Hier ist ein Eingang in der Höhle unter Wasser. Das. Und Drowned. Ich bin das nicht gewohnt, dass man so langsam seine Luft wieder einholt. Ich hab sechs Fisch auf dem Tisch. Der 6 Fisch. Der 6 Fisch. Der 6 Fisch. Und gerade mal was du drin ist. Das ist mein süß. Was? Ich hab Kolumn gemacht. Ah. Ich geh dann jetzt auf ne... Ja, auf ein Abenteuer. Mein lieb für dich ist wie ein Truck-Berserker. Ein Truck-Berserker. Ein Traktor. Jetzt habe ich hier Stardew Valley Mucke. Sparse Jungle, das ist die Hülle dahinten sieht cool aus. Die mit den Stalagniten. Und die Stalagniten. Oh. Okay, das sieht auch cool aus. Warum ist dein Skelett? Fuck, 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 das. Das hat sich unten in einem Baum versteckt gehabt. Jetzt wird da oben noch warm machen. Hier sind Hühner, hier sind Kühe. Haben die? Die haben. Die haben das immer noch nicht behoben. Hier sind Melonen. Ja. Das können wir also schon zu Farben Zeugs umändern. Ja. Dann können wir hier oben so eine Fan aus Farben machen. Sollen wir die mit Ausblick oder ohne machen? Mit was? Sollen wir die Farben mit Ausblick oder ohne machen? Ja. Farben sieht normalerweise nicht schön aus. Außer es ist so eine normale Farm halt. Nicht mehr Farm, Farm. Kannst du auch ein Observatorium bauen. Weil das immer auf Bergen drauf ist. Wow. Hier sind auch Schafe. Gut. Und ganz ganz viele Melonen. Warum sind hier so viele Melonen? Ja. Das war mal selten das Teil. Hier haben wir die Schafe direkt. Können wir alle einfärchen. Was brauchen die nochmal? Weizen. Gut. Die Hühner brauchen Samen. Ja, die folgen mir schon. Ne, die folgen mir. Nö, mir. Das eine folgt dir. Du bist mir nur hinterhergelaufen hinter all den, die ich schon geholt habe. Wollen wir diesmal vielleicht für die hier unten ein Haus bauen? Ich geh jetzt. Erstmal in der Grube, wo die hier rein gehen. upsetting Ein bisschen. Definitiv. Wollen wir diesen doch schon ganz in denen Lften? Dann machen wir mit realen Halt. Ich habe hier wieder nur Animal Crossing. Auf jeden Fall ein Haus mit Terrasse. Ein Haus mit desse? Ein Haus mit Terrasse. Achso. Ja. Aus welchem Holz? Ja. Ich packe schon mal den Ofen hier hin. Ich kann es auch noch einen Ofen hinpacken. Oder den Crafting Table. Das ist wieder unsere Küche. L? Lass uns doch ein L-Haus bauen. Ein L-Haus? Ja. Das ist was von oben aussieht wie ein L. Warum? Keine Ahnung. Bist du den Crafting Table hier auch noch irgendwo? Ja. Ich habe da schon ganz viele Hühner eingepackt. Ich habe da noch einen Hohl. Noch einen Stück. Noch einen Hohl. Ich habe hier gerade einen Block von dir bekommen. Den kann ich dir gleich wieder geben. Ja, den kannst du. Um Ehe zu sein. Noch einen Hohl. Noch einen Hohl. Ich fände es gut, wenn man Omu Reiß machen könnte. soll ich einfach mal nach unten gehen eben während du hier arbeitest und gucken dass ich da vielleicht eisen oder sowas bekommen wenn du willst welche höhe ist jetzt eisen da unten ist wasser da ist eisen nicht darunter springen wenn ich so schlau vor ich hole uns eisen damit ich uns einmal direkt machen kann dann kann ich nämlich schon mal oben direkt anfangen mit dem wo war denn jetzt hier das eisen da nachdem du hier fertig gebaut hast werde ich dich eh wieder nicht mehr sehen ich muss gleich auch mal in der höhle braucht stein und so so anstatt dass ich mir jetzt hier den weg wieder nach oben da mache dass ich dann dort oben das ganze eis und dann einschmelze mache ich lieber hier unten erstmal einen ofen und bringen den gleich hoch das muss ich nicht so oft gehen kann ich mir eigentlich auch gleich zwei einmal machen eine unendliche wasserquelle da oben erstellen das ist das ist Lüchen. Warum bist du jetzt hier auch? Wie gesagt, weil ich auch in eine Höhle muss. Du hast gesagt, gleich. Ja. Gleich war jetzt. Nachdem ich meine Notar ausgesortiert hatte. Ein bisschen. Das sieht bedrohlich aus. Eine Schere kann ich gleich auch mal machen, damit wir direkt die Schafe dort vorne scheren können. Und ein Bett machen können. Dann müssen wir nämlich nicht so weit laufen. Du bist voll mit Schoppen. Macht der Ofen jetzt Geräusche? Das ist ein guter. so habe jetzt zwei wasser einmal ich komme damit jetzt gleich hoch bis da unten irgendwo A wie humans A wie cancer warum höre ich da nichts um höchstern nichts Prozent wo das sieht cool aus fuck you Tommi muss ich gar nicht haben Tommi? Zombie Zombie Tommi Tommi war so Tommi wieso Tommi Tommi Diese Tommi Hörens vom Weg? Ist nicht mal was komplexeres als Tunnel zu haben. Oder diesen einen Erdraum, den du jedes Mal findest, wenn du irgendeinem Ding ins Volkst. Ich meine, das täglich immer noch als Tunnel. Nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein Tunnel, ist ja ein Raum. Danke, Nitra, dass du so rumleckst. Das ist bei mir leckt hier nichts. Gut. Ich bring mal mein Zeug hoch, ich mach uns dann betten. Okay. Und ne Farm. Alles, was das Herz begehrt. Auch Neverred. Das kann ich auch machen. Warum hast du noch meine Elytra benutzt? Weil ich meinte, dass ich dann ja keine Verteidigung hätte. Wow. Okay. Hä? Erstmal ist die Kuh jetzt bei unseren Hühnern. Dann ist hier grad einfach ein Baum hochgewachsen. Ich hab aber gar keinen Zettling gesehen. Gut. Den kann ich angeblich essen. Kannst du den essen? Ich weiß es nicht. Kommt jetzt erstmal Kampfmucke von Yakuza. Und ich kämpfe gegen einen Zombie. Nee. Du kommst nichts entgegnetztem. Nö, aber ich hab jetzt Wasser hier oben hingebracht. Soll ich dann schon mal in einer Farm anfangen? Wo soll ich eine Farm hier hin machen? Äh? Du baust immer nur irgend so was Schönes. Ich baue immer irgendwas, was irgendeinen Nutzen hat. Okay, ich bin jetzt heute wieder. Ja. Allerdings bin ich auch froh für 55 Mops. Um 10 und. Kampfmucke. Okay, 10. 3. So. 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 Ist der hinten ein Zombie-Spawn oder was ist der los? Kann sein. Ah, ich bin erst. Wo ist er? Fahm. Fahm. Ich sehe schon Farmer-Kar. Wo setzen wir die denn hin? Die muss ja nicht direkt neben unserem Haus sein, oder? Nee. Komm, schieß mich doch nicht an. Ich hasse diese Aim-Bot. Alter. Warum kommen da plötzlich 5 Millionen? Fuck off. Keine Ahnung. Jetzt kann ich doch einfach stellen. Keine Ahnung. Aber was kommen die denn da plötzlich alle aus? Den ganzen. Ähm. Aus den ganzen, äh. Hey, da unten's Laber. Mhm. Aus den Bäumen da raus. Machen alle so ein Strafe-Zeugs. Ich mein. Ich mein. Sind's halt ein paar Personen programmiert, dass die von einem Weg in den Mut versuchten näher zu kommen. Die laufen halt nicht mal normal, die laufen so seitwärts. Wir könnten hier ja von Seite zu Seite mal solche coolen Hängebrücken bauen. From side to side. Side, side to side. Theoretisch. Es dauert viel zu lange hier immer wieder hoch zu müssen. Nachdem man schon runter musste. Mhm. Hallo Redstone. Noch kann ich dich nicht gebrauchen. Redstone kann man immer gebrauchen. Noch kann ich dich nicht abbauen. Wie lang brauchen Hohn, um ausgewachsen zu sein? Äh, irgendwie 10 Minuten oder so. Ist das ungefähr ein Tag? Das ist... Ein Tag ohne Nacht. 10 Minuten sind ein Tag. W Sharp. 1000 Tage Vote. Weil wenn das so ist, könnten wir zum Beispiel eine automatisierte Farm für Hühner macht... Ja. Die mit Licht arbeitet. Ich habe einen Skelett Spawner gefunden. Ist der weit von uns entfernt? Äh, Koordinaten sind... Und wo ist unser Berg? Unser Berg ist... Ich kann nichts sehen, weil da alles drüber steht. 92 Kann das da mal weg? 126 Irgendwas anderes 22 Ja, also, so gesehen fast genau direkt unter uns. 25 Ja, das... So, Kappenbett. Ja, unser Bett. Post-Bett. Post-Bett-Massaker. Post-Bett-Massaker. Machen wir hier auch eine automatische Wollenfabrik, oder? Äh, können wir. Weißt du wie das geht? Observer-Share-Dispenser. Und ich weiß das. Tausend Jahre... Ich hab einen Schlag... Hast du mich belogen? Du hast mich viel zu lang belogen. Du hast mich viel zu lang belogen. Tausend Jahre ungefähr. Wie war das? Äh... Ich bin viel zu oft verletzt. Du bist mit mir so hoch geflogen. Doch der Himmel war besetzt. Du bist der Wind in meinen Flügen. Zuliner vielleicht... ...irliert. Du bist der Wind in meinen Flammen. Zuliner! 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 Hier können wir ja, wenn wir dann die Stoffpuppe wieder haben, direkt wieder jemanden hinsetzen. Der sich um den ganzen Scheiß kümmert, weil warum sollten wir das tun? Wir können hier leider nicht mehr diese coole Maschine bauen, die ich da gebaut habe, damals, wo automatisch gefarmt wurde. Durch Dorfbewohner gepowert wurde. Ich habe eine Karotte und rat mal, was da drin ist. Karottensaft. Bitte Karottin. War das jetzt Karottenzeug? Ich glaube, es war jetzt Karottenzeug. Beta. Beta-Carotin. Vitamin C. Das ist dann nicht schön. Wir haben hier jetzt jedenfalls eine Farm. Die ist ein bisschen von unserem Haus entfernt, nicht direkt daneben. Unter so einem kleinen Hügel. Ich bin schon langsam im Hochweg wieder. Bei der Farm könnte ich dann ja auch das ganze Zeug für die Tiere machen. Hopp. Vielleicht auch ein Haus reinbauen. Keine Ahnung, so ein Stall. Dann kann man die ganzen Hühner da von uns mal wegtun. Da ist nicht das Gackern direkt neben dem Haus. Gut, direkt über... Direkt über dem Spawner ist halt, äh... Meinen... Schacht. Meinen Schacht. Gut. Wieso auch nicht? Und jetzt regnet das gut oder so. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ob das gut ist. Das ist eigentlich schlecht. Ich wollte sagen, das ist jetzt schlecht, weil der Monster nicht so brennt. Und Monster spawn. Nee, Spawn kommt die nur übernimmt die Wetter. Und Monster spawn. Wir haben bald ganz viel Weizen, das bringt uns noch nicht so viel. Brot. Ja, wow. Gab's da nicht jetzt ne Methode, dass man Brot einfach... Indem man, äh... Weizen irgendwie was gemacht hat, dass man da nur eins verbrauchte? Nee, das war in dem Monsterpacks, das wir gespielt hatten. Nee, das war in dem Monsterpacks, das wir gespielt hatten. Spawn hier oben auch, Orzenutz. Äh, äh, ich... Sollten, glaub ich, nur in nem tropischen Gewässer spawnen. In nem Gewässer? Ja. Also, keine Ahnung. Ja. Ocelots. Ah, Ocelots, ich hab... Ich hab gedacht, du meinst... Ich hab ein Ocelotl im Kopf gehabt. Ein Ocelotl? Spawn auch außerhalb nem tropischen Gewässer. Die spawnen unten im... ...Wasser, äh, teilen im Cave. Soll das normalerweise nicht. So. Da hab ich doch meins auch... Da hab ich doch meins auch herbekommen. Hugo Bartwisch. Warum kommt dann ein Höhlengeräusch in mein Kopf? Bei Hugo Bartwisch. Hugo Bartwisch. Hugo Bartwisch. Weißt du, was ein Bartwisch ist? Ja, oder? Wahrscheinlich ein Fisch. Ne. Im Moment. Heißt das in Deutschland wieder anders? Ich hab keine Ahnung, was ein Bartwisch sein soll. Das hört sich aber nach nem Fisch an. Bartwisch. Das ist doof. Das soll ich anders bauen. Okay, bei euch heißt es Handbesen. Warum sollte man es auch anders nennen? Keine Ahnung, bei euch heißt es Bartwisch. Aber das hat mit nem Bart doch gar nichts zu tun. Doch, das hat nen Bart. Und es ist ein Wisch. Weil man damit wischt. Jetzt übertreibst du aber. Hä? Und mir würde das nennen, muss ich meine Antwerpen darüber machen. Also da? Und das hat ein Wisch. Wisch. Und wo geht es gleich? Ja, was ist der Wisch? Ja. Was ist das, was ich da gibt? Oberösterreich auf der Ghani schützen ja haben die nicht irgendwie so komischen Dialekt nicht für den Jingle Radio Oberösterreich eine schlechtesten Sender in Deutschland ich werde es wahrscheinlich auch wenn es bei uns schon schlecht ist wird es wahrscheinlich auch schlecht sein warum sind hier die ganze Zeit irgendwelche Bäume die nur einen Block sind ja wahrscheinlich wegen österreich 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 gleich österreich das ist eigentlich falsch mit Christen dass die Satan Tabist nennen Tabist Abist so this is an Arby's ab 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 Ich hasse es, fuck your YouTube. Was machen sie jetzt? Haben sie mir nicht angehalten? Die haben schon wieder einfach, ähm, um den Tag, ähm, warum schlafen wir auf Englisch? Ähm, ich hasse es, was es YouTube jedes Mal macht, äh, wenn du da in der Playlist auf zufällig drückst, dass dann einfach trotzdem weiter runter, äh, gespielt wird, die Playlist. Äh. Polizei ist dämlich. Polizei ist scheiße. Die Pozilei. Pozilei, gell? Die Pozilei. Pozilei. Das wollte ich. Stell dir mal vor, du siehst da so'n, äh, Stream oder ein Video, was komplett auf Deutsch geschrieben ist, und denkst dir dann so, ja, da kann ich jetzt aber auf Englisch reden. Hat sie es ja gemacht? Ich hab doch gerade gesagt, hey, warum, äh, warum schreibst du nur auf Englisch? Ich dachte, man sitzt jetzt irgendwie auf Discord. Hä, dann macht das ja wenigstens Sinn. Ja. Ich dachte, wer halt keine Ahnung macht. Herbert Kickl oder so. Der schreibt mir immer. So, von meinem offiziellen Fanclub. Ach, der ist auf deinem... Discord-Server da. Nein, ich... Der ist in der Gruppe und es die. Ich dachte, der will, dass du... dass auf dem Server fickende Pferde sind. Das ist falsch. Was? Das, was ich da gemacht hab. So, ich dachte, dass der Pferde ficken... Das ist nicht falsch. Drei. Drei. So. I gotta pick it for the long way round, two bottles of whiskey fall away. Das ist so ein Chesslied. Ich habe es gehörst. Hint zu das. Hier läuft Sonic Rush während dann so ein Mini-Zombie hier lang slidet. Hint zu das. 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 Hint zu erstmal eine Windmühle rausmachen aus der Farm. Ja Halt ab ihr scheiß Zombies auf Anfänger Anfänger Was Wurder Wurder du kannst auch auf der länge und gucken in die richtung genau die falsche richtung gelaufen das erklärt die hunde als bürger lesen gar nicht mehr über den selben begleiten durch das yeah yippie yeah yippie fuck yippie 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 okay daddy motherfucker Lille Pig Was hat der jetzt damit zu tun? Hast du zuhörig von einem gewissen äh von einer gewissen Streamer und Stream gesehen? Ne Ich hab mir nur angehört, dass die gehuselt hat, aber mir nicht demselben Stream Das ist noch ein Work-in-Progress Das wird noch komplett anders gemacht So Wohin sollen die Tür eine? Ich hab noch kein Haus für die gebaut Wenn, dann würde ich es nämlich dort anhängen wie du siehst Ich nehme alles, was nicht Piet und Nagel fest ist Du kannst dir dort erst mal ein Dingens hinsetzen Ok, Tropenholz brauche ich eher weniger Du kannst dir den Spawnpunkt da hinsetzen Da hab ich schon What is wrong with you? Was ist falsch mit dir, dass du mal irgendwelche Runde da herholst? Warum nicht? Wer braucht die? Wunder 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 Wir sind Wunder 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 Hier mal einen minikleinen ticken lauter und dann wird die total lauter. Da ist... Das passt gerade gut, die Musik. Aus irgendeinem Grund wurde mein Bild, was ich da von KemonoFriends gezeichnet habe, wurde geliked, dann wurde mein Twitch-Stream geliked und dann wurde geliked, ob es Querficker gibt, die sich absichtlich mehrere Impftermine geben lassen und dann dort nicht aufkreuzen, um Leute, die tatsächlich einen Termin wollen, daran zu hindern. Nur so eine Idee würde mich auch nicht wundern, wenn es so ist. Und dann hat dieselbe Person mir gesagt, hey, ich bin GFX-Designer und ich könnte dir was geben. Und das ist auch dieselbe Person, die mir Ayo geschrieben hat. Gut. What the fuck? Hä? Ich meine, ja! Ich habe für dich zum Entpflanzen. Ja, wenn ich hier das gleich weitermache, dann könnte das hier ja nach unten gehen. Das wäre eine coole Idee. Hallo! Oh! Das hättest du auch sein lassen können. Von nicht meiner Absicht! Und wie zum Teufel ist da mehr verschwunden als da war? Keine Ahnung! Oh! 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 Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao! Un amattina! Missobligliato! L'invasor! Wen hast du für die, äh, ich wollt grad sagen, Gurk, umgebracht? Zombie. Sohomby. 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 Wie 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 wie? Wieso komm hier immer Creeper? Keine Ahnung. Werf den doch nicht zu mir! Finde ich bei der Intention. So muss ich wegen dir immer so viel neuer aufbauen. Sohomby. Sohomby. Hm. 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 Wird unser Haus eigentlich auch noch gebaut? Ich bin mehr oder weniger dabei. Vielleicht muss ich mir aber erstmal wieder ein bisschen Dschungelholz holen. Ich sehe genug. Was? Ich sehe ja genug. Ja. Wird jetzt aber schon wieder dunkel wird. Mannkraft. Mannkraft. Ist gerade hell geworden. Ich hab mich trotzdem von Creepern zweimal attackiert. Mach dich fallen, mach dich fallen, mach dich fallen, mach dich fallen, fallen fallen. Ja. 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 Geht das überhaupt. Mach dich fallen, mach dich fallen, mach dich fallen. Mach dich fallen, fein, fein. feind gesichtet ich glaube das war ein altes call of duty da kommt die zwei oder so kam der telefon mast haben geht noch es ist zu laut nicht so lau 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 Ich würde meinen Vater reden. Ich meine, ich würde es gut von ihm sagen. Ich würde es gut von ihm sagen. Ich habe das Fleisch getroppt oder was war das andere? Okay. Ich müsste mal anfangen hier auszuleuchten. Weißt du was? Ja genau das meinte ich. Ich meine, der hat dir geholfen natürlich schon mal wegzugraben. Wieso das kannst du auch machen? Dass die alles zerstören immer? Ja. Ja. Ich habe hier noch gebraten. Relax. Warum hast du da hinten licht? Ja. da hinten ist einfach Licht ohne Grund äh, wahrscheinlich habe ich da einfach markiert, wo ich vorhin beim Spawner rausgekommen bin äh, ba-ba-ba-ba ich schlaf schlaf doch hier ist erstmal noch eine Spinne, die mich nervt warum schläfst du jetzt in meinem Bett ich weiß noch nicht, wie ich das hier mit den Fenstern machen werde oder ob da überhaupt welche hinkommen hm gibt dir die Hälfte der Zeit wenn ich mich umdrehe und ich sehe dich irgendwo so halb gut in einem Baum und so denke ich mir, what the fuck, warum müsste irgendwer, der hier hingehört, weil ich dich einfach nicht da erwarte kannst du dich verarschen das ist von vorhin tut uns echt keinen gefallen, dass hier so viel, äh, Wald ist abfackeln abfackeln wie sieht das aus wie sieht das aus wie sieht das aus ist das aus das ist der wie ist das aus wo ist das aus Ja, aber da kriegt man halt richtig gutes, ist richtig guter Farmingboden mit guten, ja, wie nennt man das, Nährstoffen. Ja, ist wie ein Friedhof, da geht ja doch immer alles, weil da Leichen im Boden sind. Ich sehe den Gärtner. Ich sehe den Gärtner, jetzt auch du. Zuhause. Hobbygärtner. Zuhause. Ich sehe die Place. Oh, das passt. Oh. Okay. Torxia. Torxia. ich hatte als ich früher war als du früher warst ja jetzt bist du es nicht mehr jetzt bin ich spät ich innerlich tot bin ein legt mit professor blit er hatte ich immer eine obsession dass wenn der start der besten baumhaus sein musste weil du ungespielt mit langen haaren war es habe ich nicht geguckt ich fand den auch immer langweilig ich verstehe nicht warum denn jemals jemand gut fand er war grün er war bezogen wird aber manchmal ich glaube nicht dass der durch zum mehr groß geworden ist weil er schon vorher groß war ja der war bei minecraft auger dabei ich glaube auch nicht dass er dadurch groß geworden ist doch der vorbeugert nur 1 50 finde ich dann doch schon ein bisschen sehr das ist ja okay allgemein 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 ich kann ihn ich war kicke kicke an die händler gefunden bei kicke die kicke gibt's kicke keine ahnung wenn es das gibt will ich dann niemals hin wer weiß was denn da für eine scheiße schreibt hallo ich mag pferde ich bin ein richtiger pferdefreund das ist ja so was kommen sie nicht nach kicke die e sucht ist die süddeutsche ich meine das ist wahrscheinlich kicke die und man bei ma war was bei Però Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ist vorbei. Oh, das mag ich doch. Ich muss endlich mal die zweite Staffel weiterentwickeln. Sonic Rush, die zweite Staffel. Nicht Sonic Rush. Dragon Maid. Big time Sonic Rush. Dragon Maid habe ich nur die erste Folge gesehen von der zweiten Staffel und dann habe ich nicht weiter geguckt. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Vielleicht hat es mit dem Penis zu tun, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist auch eine gute Art of Context-Haustage. Keine Ahnung, wie ist der Parasite wegen dem Penis zu tun? Ich glaube ich brauche noch mehr Sand. Sand. Santa Maria. Der Typ aus Schulis Maletur. Der Typ aus der Super-Pervereiter-Werbung. Der ist auch in Schulis Maletur. Der ist auch in Schulis Maletur. Ich bin vom Server geflogen. Warum? Ich bin vom Server geflogen. Aber warum? Bis Connect. Ich soll mir mal Server ohne als und dann runter gehen. Das wäre komisch, wenn es ein P2P-Server gewesen wäre. Das wäre auch schon passiert. Jetzt spielt er ja auch alles von Sonic Rush ab. Warum hat ein Einkauf eigentlich immer noch nicht integriert? Dass man einfach den Knopf drücken kann, damit man sieht, ob er spawnen kann und wo nicht. Ob es da nicht irgendwas ist? Ja, das war ne Mod. Sonst muss man halt mal ein Welt suchen mit Dämpferge. Ja, und dann stand da, da ist so viel Licht. Und dann konntest du sagen, ja da wird wahrscheinlich nichts von. Ja. Das wird reich, ihr Schwein. Das wird reich. Weil ich gerade irgendwas sagen wollte davon, dass irgendwas reicht. Ich hab gerade zu viel Sachen in den Dämpferge. Das wird reich, das wird reich. Das wird reich. Das wird reich. Das ist ja so. Da ist ein fucking Drowned mit ... Fuck off! Ah! Eigentlich sollte ich besser jetzt schlafen, wenn du hier bist. Mit dem Dreizeit. Vielleicht kriegen wir den Dreizeit. Wo ist der? Da unten. Aber ich will erst mein Zeug wieder haben. Mein Zeug wiederholen. Aber hier ist sogar der Dreizeit. Ich hab schon wieder geworfen. Ich muss das so weit auseinander fliegen. Krieg ich ja nie mein ganzes Zeug wieder. Das sind den Dreizeit nicht gedacht zu haben. Alter! Was kommen die plötzlich vor mir an? Ich kann nichts mehr aufheben. Obwohl da nicht mehr sein sollte. Alter! Alter! Ist das nervig. Gib mir mein Zeug wieder! Ich hab es nicht mehr zu aktivieren. Ich hab es nicht mehr zu aktivieren. Ich hab eine kleine, 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 kleine zusehen. Ist das so? Was hat es denn noch mehr? Was denn noch mehr? Äh... Nix jetzt, ich sehen würde. Ganz richtig, weil die Leiter sind die nervigsten Gegner jetzt. Das sind die nervigsten Gegner jetzt. das waren sie schon immer das waren mal die ich wollte gerade sagen ist das nicht das end themen von partners in time das was du gerade gemacht hast ist das endfilm von partners in time höre dir das endfilm von partners in time an ich habe das sonnig so wie du es machst ist das endfilm von partners in time ne du hörst dir an ich hab das doch nicht gehört als kann ich das schlecht sehen du hörst dir an ne apply my car warum gibt es keinen meloden apictory was person super das 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 Ich will wieder dahin zurück, wo mir Monster irgendwie vielleicht mal gar keinen Schaden machen, aber dann trotzdem das Herz aufblickend. Ja, ne? Cool. Power up. You're a fucking wanker. Okay. 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 Jetzt fühle ich mich wie in meinem Lebensabend. Warum bist du tot? Warum bist du tot? Ja, das weiß ich auch nicht. So ein fucking... So ein Q&A für Toten. Ne, ich mein so ein Autopsie-Typ zu einem Toten. Einfach bist du tot. Aber das war's nicht. Der geht so zu, weil dem die Zunge fast rausgerissen wurde. Ja, gut. Zum ja. Komm, da kommt jetzt ein kleiner Einschnitt, das wird doch jetzt auch nicht wehtun. Das mache ich mal eben... Sagen Sie was, wenn's wehtut. Ja, was erst nicht kommen will, na? Ich hab Fenster für dich, falls du welche brauchst. Wow! Wow! Das wird doch schon wieder... Ja. Aber dann hat der Regen noch. Kannst mal aufhören mich anzugreifen? Ja, woher machst du das? Was ist das? Weil zu voll und ist und zu suchen. Wir haben eine Farbe... Ja. Red weg! Wir haben eine Farbe richtig viele Meloden. ja machen wir karotten ja wenn ich die nächste farmstufe hier freischalte das ist ja wirklich ein beschissenes mobile game oder was ich baue das hier in level abitrilevelts mich anzuwerfen ach ja der will make cry Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Doch nicht. Now forever make it better, no or never, this forever make me a fantasy. Yeah. Yeah. Davon müsste ich mal die nächste Stapel sehen. Ist das mehr Stapeln? Das wird mehrere Stapeln. Ich nicht. Ich hab jetzt schon meinen zweiten Stack an Melonen gleich. Ja. Mach das noch nicht mal da also. Was ist das? 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 barberspa ich hab gefunden Soll ich mit der nächsten Stage von der Farm fortfahren? Ja, ich will Karottenfarm nehmen, damit du eine Karottenfarm machen kannst für dich selbst. So, da sind wahrscheinlich Steintreppen besser. Warum gibt es in Jojo eigentlich so viele Charaktere, die bei anderen Charakteren die ganze Zeit Yoshi 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 Machen. Das ist ja fun. Aber die mögen Yoshi. Ja. Sweet Mario! Sweet Mario! Sweet Mario! Blam! 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 Äh, ich muss grad dran denken, als ich vorhin... Lelpeck! Meinte das erste was dann nach in meinem Kopf war. Lelpeckame! Warum? Blam! 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 Ich meine grad den Tweet von wegen... aber ob ich die kinder mal er ist mit allen bei den italiener in dem wort ist nur wieder das habe ich gesehen danach hat er die zunge rausgestreckt und brauche wird ich verstehe nicht wie ich darauf gekommen sind die Kamio da drin zu haben, ganz ehrlich, was falsch? vielleicht hat er nur ne kurze Zunge der hatte auch ne andere Stimme, bevor er zum Yoshi wurde, dann hat man ihm irgendwie ein bisschen an ein paar Dingen rumgeschnippelt und dann ging es was ist das? reverse puberty 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 blum 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 Ich hab grad gedacht, du hättest diesen einen Sound-Effekt von den Wurzen gemacht. Ich weiß nicht, wie man den genau nachmacht. Das ist einfach so Mario, der auf die Schnauze fällt. Warum heißt es eigentlich Basel und nicht Kinky Dora? Kinky Dora. Kinky Dora. Kinky Dora. Hey, da ist ein Händler. Das lässt dich ändern. Halt ab. Ne, der bleibt da stehen. Halt ab. Warum denkst du eigentlich, dass die auf Genki Girl tun? Hä? Weil die so tun? Denkst du nicht, dass die einfach nur so sind? Ne. Du hast Foo Fighters doch noch nie gesehen. Du hast Foo Fighters doch noch nie gesehen. Ich dachte, du meinst jetzt im Re-Level, weil du dann gemeintest du triffst die. Nö. Nö. Ich weiß nicht, wie ich da unechte Leute treffen kann. Auf Tinder. Nö. 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 Nöö. Nö. 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 sicher nicht wenedig ich würde sagen ich kenne nicht mal geht ja als an adres freunde warum sollte ich die namen von den kind die beste will die macht dass man alles behält wenn man stimmt ich wusste nicht mal dass die überhaupt was können es gibt eine die macht dass man wenn man steht alle waffen behält und die macht dass man mit dem verhaftet wird alle waffen behält und noch eine die die gibt es wird es sei denn das sind das Leben markt und fett bis ja ich glaube es ist wichtig die macht die macht dass man nur verhaftet hat die alle ich arbeite in einem fast food restaurant ich mag dich deswegen weil du fett bist und ich die ich ausziehen kann ausziehen aber kommt da kann sogar kopf sagt kopf salat kopf sacksalat das ist ein kopf sacksalat weiß ich nicht frag dich doch selbst was ist ein kopf kopf kack salat kopf kack ab zum austausch schoppy wofür willst du karotten weil ich augen kraft haben will die sind später besser als kartoffeln kann ich hoffen wenn ich zu viel anfangen am besten aber haben wir halt nicht ne gut gut warum weil der im haus ist kaum entgärte das ist doch nur ein zombie ja mit meiner scheiß internet verbindung leckt er rum wie nix wert ist ich habe dich eben gegen vier gegner auf einmal kämpfen gesehen ja im wasser da kann ich schwimmen du hast da gestanden kann ich schwimmen lässt hier gleich auch noch wieder gerade explodieren oder nicht sein muss ich weiß hier übrigens nicht ob ich da auch weiterführen will mit dem meloden sahen ich weiß nicht die smart bis mark bis Ich muss dich nicht killen. Was ist hier passiert? Warum warst du unten beim Deems für Deep Slate? Für die Treppe! Pepper Peck! Hahaha! Brauchen wir hier Glas an den Sachen, die du da freigelassen hast? Später vielleicht, aber gar noch nicht. Wander über den Nebelmeer, das ist doch ein schöner... Wander rüber! Wanderer! Pepper Peck! Wander im Meer. Ich will dich nicht mehr sagen. 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 Wanderer im Meer. Das ist ein Loch, aber du wirst nicht mehr. Da. So ist es. Wanderer im Meer! Oh mein Gott, das ist schön. Anderer Seen My life is better Anderer Seen Band an einem See Ja So und ich glaube hier baue ich dann die Farm hin Farm Ja 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 Aber Kekse bauen Äh kannst du Ich finde eben noch gemmlich dass die Ehm irgendein genannten Ne Delfino Reiten das wäre Das wäre Tierunfreude Das verfügen wir hier nicht in Minecraft Und dann sieht man sich die durchschnittliche Minecraft Farmen Und dann ähm Sieht man so Zombies auf einem Huhn reiten Ja Dann sieht man sich selbst auf einem Schwein reiten Ja die sind stark Ja Sieht man das Skelett auf einem Spinne reiten Ja das ist dann schon ein bisschen Kehlfällerei Stell dir vor du wirfst so ein fucking komplettes Skelett Auf so ne kleine Hausspinne und die trägt das einfach weg Sie sind leicht Viele goste Soll das so ne Farm sein wo die alle zusammen leben oder Oh Okay. So this is how it ends. I promise, you'll never go outside. Das ist immer noch der Händler. Ja. Hast du seine Lamas getötet? Ja. Oh, der hat ja richtig scheiße Sachen. Ein brauner Farbstoff sieht aus wie scheiße und da sieht es auch aus wie scheiße. Guckuck. Warum bist du jetzt hier, nachdem ich den rumgebracht habe? Hast du dem ne Gurke gegeben? Nehme ich eine Gurke und ich hatte ne... Mediterraner Gurke. Ja, und Mediterraner Gurke. Mediterraner Gurke. Mediterraner Gurke. Mediterraner. Das muss auch immer dabei sein. Kann übrigens sein, dass ich morgen da bin, aber wahrscheinlich nicht. Warum solltest du da sein? Ja. Vor allem, was hätte ich davon? Dass du dann was mit mir tun kannst. Ich nutze den Tag morgen eigentlich immer, um die ganzen Videos, die ich da noch hab, schonmal einzustellen. Um auf Twitter noch Videos zu verteilen, weil hier hab ich gerade überhaupt gar keine Zeit dazu. Okay. Und dann noch um was anderes zu tun. Und dann noch um was. Das war's. 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 Hä? Hä? Ähm... Öh... 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 Ich bin mal ganz kurz weg. In meinem Haus? Ja, in deinem Haus. Was ich hier bauch. Ja. Ich baue hier was tolles. Ich baue hier gar nicht so viel Holz. Nur an die eine Stelle hier. Okay, das ist auch nicht gut. Okay. Nee, so fliegt das nicht. Das ist das größte Tier, das du deines Glaubens nach in einem Zweck bis zum Tod besiegen könntest. Ist das egal wo? Äh, sagen wir mal einfach eine komplett flache und zwar in der Arena. Ein Pilz. Was? Ja. Das größte Tier, was auf der Erde lebt, ist ein Pilz und das ist so ein ganzer Wald und den könnte ich besiegen. In jedem Zweikampf bis auf den Tod. Pilze sind mit Tieren verwandt, aber es sind keine Tiere. Das ist ein Lebewesen. Ja. Pflanze ist auch ein Lebewesen. Wo willst du jetzt sagen, der dich eine Wal besiegen soll? Das kann ich auch machen. Der Kleiner wäre das ja einfach. Der liegt einfach am Strand, dann bringe ich den um. Okay, ich formuliere es anders. Größter Land bewegliches Lebewesen. Äh. Motorroller. Also so gesehen, Echsen, Säugetiere oder Vögel. Insekten. Motorroller. Das ist kein Lebewesen. Ein Bedelwesen. 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 Bedelwesen der Bader. Pizzerbäsen. Panzer. Oh. Oh. Keine Ahnung, im meinen Fall würde ich... Ne, nur Fall. Das würde ich sagen. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich würde glaube ich sagen... Der Giraffe. Ein Rumba. Genau, ein Rumba. Ich würde glaube ich sagen, ein Hohn. Ein Kampf holen oder ein normales? Ein ganz normaler Cock. Born-Cock. Solche besiege ich auch jeden Tag. Das heißt, ich kann nicht nur in irgendeiner schädige Arbeitsstille arbeiten. Eins, zwei, drei, vier... Ein Saupland. Echt. Oder keine Ahnung, äh... Ein Baby. Ein Sofa-Land. Ein Baby würde ich besiegen. Dann sind die Christen nur wieder gegen dich, weil das ja kein Tier ist. Hättest du denn sowieso schon gegen mich? Weil ich existiere. Ich habe gedacht, hinter dir wäre ein Creeper oder sowas. Oh! Totat! Tatao! 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 Damnit! Wieso gibt es eigentlich in Meckloft keine Avocado von Mexico? Wenn es kein Mexiko hier gibt. Dann gibt es aber keine Avocado vom... Fuck off! Gut! Ich freue mich auf Elton Ring. Habe ich dir erzählt, dass ich mir die 300 Euro Special Edition vorbestellt habe? Gibt es das nicht schon? Elton Ring? Nee. Nee. Das kommt jetzt. Ist das sowas wie BTS? Weil es existiert, aber BTS ist koreanisch, das andere ist japanisch. JAP-PANISH! Das kannst du tragen! Kann man in unserem Haus schon sicher schlafen oder geht das noch nicht? Sehr dunkel hier in der einen Ecke. Ich meine, in unserem Haus spawnen nichts. Auch hier nicht? Äh ja, auch hier nicht, weil da nicht Eligkeitsstufe 0 ist. Ach, da wird sogar im alten Minecraft nicht mal was spawnen. Schön, wie wir eine Türe haben und trotzdem immer aus dem Fenster springen. Ach. Ich kümmere mich mal im Fenster. Ich habe dir da schon welche reingelegt. Ja, aber ich kümmere mich anders. Ich müsste einfach eine der Klippen hier ausbauen und dann so einen Sprungturm. oder ein Zicklein. Zerbem machen Tintenfische Gäusche. Zerbem machen Tintenfische Gäusche. Ich kann nicht dieses Gefühl. Sing! Ja, na, na, it's gonna be a fuckfest. Ich baue hier mal einen Hühnerstall mit so einem Block, wo sie durchgehen dürfen. Wenn sie hier raus wollen auf das Grasland. Oh, oh man. Das Tolle ist, kleine Tiere werden da dann auch durchkommen können. Zombies? Nein. Kleine Tiere. Ja, kleine Tiere. Das Mini-Zombies. Zum Beispiel neugefrorene Schafe oder sowas. Das Gute. Hei! 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 Du... Warum sind da jetzt zwei... Zwei kleine Tiere? Zwei von denen. Der eine ist tot. Zu halten. Fuck you. Willst du mir kurz helfen? Wie oft willst du denn noch von dem aufgespießt werden? Bis sich mein Zerkzucker kam. Oder der Tod ist. Wo bist du, Arschloch? Da bist du. Ich hasse das, dass die immer von unten kommen. Ja. Wo ist der? Im Wasser. Im Rand, am Ufer, wo? Habe ich gekillt. Ness. Der hat mir Kupfer gegeben. Ness. Ness. Hast du Leder verloren? Ness. Das ist richtig weit weg geschwommen. Ich weiß. Hinter dir ist immer noch einer. Ja, ich weiß. Aber der hat keine Zunge. Zunge? Reizack. Hier liegt auch noch Zeug von Name-Tags aus irgendeinem Grund. Ja, das sind auch meine. Und Tintenfischsäcke und ein Schwert und... Meins. Meins. Wir müssen hier demnächst mal gucken, dass wir hier vielleicht einen kleinen Hafen hinsetzen, wo man von oben durch so einen Tunnel reinkommt. Ja. Welche Höhe ist das eigentlich, 63? Habe ich alles, ich denke. Außen mein Verstand. Werf mich hier nicht runter. Hab dich nicht geworfen. Ich bin gesprungen. Ich brauche noch ganz viel Erde und Holz. Baba, ey! Stell dir rechts mal! Wie geht das denn? Dango, 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 dango. Dango, Dango Robert Pattinson Wer ist das? Cedric Diggory Ah, stimmt Wer ist das? Ah, fang, fang Angefahrterhaber Wingen, wingen, bürgen von Groeting Angewirr Demdieren Ey das Más Ich Wenn du auch rein willst. Wo hast du eigentlich Sand gefaunt? Auf dem Rund des Wassers. Ah, vielen Dank für die Hilfe. Deswegen bin ich da so oft gestorben. Ah, vielen Dank für die Hilfe. Nun heißt es hoffen, nicht noch von 50 Drunk attackiert zu werden. Das könntest du auch woanders machen. Ja. Ja. What? La la la. What a second hand emotion. What's love? What's love? Hey, my cousin, friend is love. Baby, don't hurt me. What's love? Über wie viele Ecken kennst du Obama? Ähm. Ich glaube, ich kenne überhaupt niemanden, der den kennt. Ja, deswegen meine ich über wie viele Ecken. Hast du im Fernsehen? Ja. Bei mir ist's... ...maximal drei. Ich kenne meinen Vater. Mein Vater... ...Dick Träger. Was? 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 Bei mir hast du halt nur zu lachen angefangen und dann... ...nicht? Was hast du gesagt? Hä? Aber ich kenne einen Hausmeister. Ach so. Hä? Warum? Das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. Okay. Wäre das so blöd wäre, wenn du das gesagt hättest. Ich kenne einen Hausmeister und der kennt den... ...oder Träger kennt den Hausmeister. Sehr berühmter Hausmeister. Sehr berühmter Hausmeister. Es ist nicht nur ein Hausmeister, es ist... Hausmeister. Der Hausmeister ihres Vertrauens. Folgtwagen. Es ist nicht nur ein Hausmeister. Es ist... Es sind zwei. Es sind zwei. Wenn ich anfangen würde, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum... Hausmeister zu werden. Nee. Willst du mich dann retten? Warum? Das ist die Frage, die du stellen wolltest. Hä? Von was soll dich gerettet werden? Hausmeister. Von dem einen Typen, der mir die ganze Zeit noch sieben vorgeschlagen wird. Das ist eine sehr fissige Spezies. Also Hausmeister sind dafür bekannt, andere Hausmeister zu zerfleischen, um an den Job zu kommen. Die Hausmeister-Clowns sind sogar Jobs. Hausmeister-Clowns. Hausmeister-Clowns. Die Hausmeister-Clowns. Das bekendin nicht. Das bekendin nicht. Das bekendin nicht. Das bekendin nicht. Nur die Hühner kriegen hier extra ein Gehege für sich. Alle anderen müssen da zusammengefährigt sein. Haben dafür aber was größeres. Die sind doch größer. Fettuccini! 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 Das ist alles. Stell dir vor Monokume sagt, das ist einfach nur... Das wird reichen, schein. Das wird reichen. Fettuccini! Ich hab' meiner Mutter letztens gesagt, dass der Sprecher von uns von Monokume spricht. Da hat er die dann gemeldet. Keine Ahnung. Gut. Aber ich hab' den Sprecher von Monokume aus irgendeinem Grund in der Werbung gehört. Santiago Tiefma? Ja. Santiago Werbung. Das ist sein Name. So heißt er. Jetzt schreibt er hier gleich Orbus in den Chat, der guckt uns die ganze Zeit zu. Schreibt uns da keine Ahnung guten Appetit da rein. Gut. Dann Appetit. diese zombies mal aufhören hier die ganze zeit in meine farm einzudringen da sind die zombies da sind die zombies auf deine balls da sind die zombies auf deine balls das ist die drome da sind die zombies auf deine balls da sind die zombies auf deine balls solle ich die hühner dann schon mal alle rüberbringen warum hast du da noch mehr reingetragen da sind noch mehr als vorher ich hab da nicht mehr reingetan da sind nicht mehr hühner sondern andere Viecher da ist ein Schwein drin ja das ist nicht ein Piglet der aus Winnie der aus Winnie der aus Winnie Peck Winnie Weinshaus ich guck den nicht komm da Hühnchen durch wenn ich eine Falltür so mache dass man da einen Block da hat äh nicht wenn du die Falltür oben am obersten Block befestigst hä oder wie meinst du das ist ein Block der ähm ach so du meinst ach so meinst du äh das sollten da durchkommen ja muss ich die jetzt erstmal hier reinführen und ich muss noch erstmal Erde sammeln sonst können die nämlich auch noch fliehen er ist bei der Erde sammeln Musik hier auch weiter und lädt er du sollst Back-to-Back abspielen aber warum auch immer Back-to-Back mach mal J.J.Rocket ja hör dir mal J.J.Rocket an J.J.Rocket J.J.Rocket J.G.H 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 und Rocket hör dir das mal an J.G.H 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 ich wollte nicht dass die das da drin sagen warum nicht die die Buk bumble Buk bumble Buk bumble Buk bumble Buk rempli Buk 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Shame. Shame. Das ist der enzige Antwort. Shame. 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 Toto. 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 Shen. Hast du das nicht mal geguckt? Und? Darf ich deswegen das Lied nicht mögen oder was? Ich finde, das ist sogar ziemlich schwach aus irgendeinem Grund. Wat? Von den Films, die ich sonst so gehört habe, ist das ziemlich schwach. Ja, das finde ich besser. Okay. Ist deine Meinung? Konnten wir hier nicht Seile machen? Ist da gerade die Kuh in den Abgrund gesprungen? Kann sein. Ciao, 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 ciao. Aus irgendeinem Grund haben die sich ab einem bestimmten Punkt einfach gedacht, ja, wir sagen jetzt einfach den Titel von dem Anime jedes Mal in dem Track. Ich meine, es funktioniert. Bisher ist es immer super. Warum nehmt ich dein Hund mit? Was? Die ziehen deinen Hund mit dir. Gut. Ich will deinen Hund nicht hier drin. Hau ab, Hund. Warum ist es in Dark Souls eigentlich immer so, dass Hunde scheiß Gegner sind, aber Wölfe immer cool. Okay, die kommen da durch. Das ist ne coole Dingens hier. Können die rein und raus und dann kann ich das auch wieder schließen hinter denen. Soll ich da am besten ne Druckplatte hin tun oder sowas? Hä? Brauchen die ne Druckplatte? Wenn das offen ist und die auf die Druckplatte gehen, dann kommen sie nicht mehr rein. Ja, eben. Wenn die andere Druckplatte klappt, ich will der da stehen bleibt. Geh da noch weg, da kommst du da auch durch. Der hat da ein Ei auf der Druckplatte gelegt. Ich will den ich nicht gestorben wegen von fucking Cleaner. Ich will den ich nicht gestorben wegen von fucking Cleaner. Zum Cleaner. Fuckin Cleaner. Fuckin Cleaner. Fuckin Cleaner. Natski ist super. Natski ist super. Natski. Dann eine Freund von Crispbrot. 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 Crispbrotcast yourself. Komm schwein. Wär schön wenn YouTube noch so werke. Und ich denk Brokast yourself. Und nicht Brokast. Brokast your other self. Ich fährst da oder? Ach da kommst du dann plötzlich durch, du blöde Schwein. Nolll Pek. Nolll Pek. Wieso hab ich das Gefühl dass das das ikonischste in komplett Outlast ist? was sagt er denn sonst noch ich habe keine ahnung ob der sonst noch irgendwas sagt ich kann reden hallo guten tag wie geht es denn mit dem weg mit dem foto mit dem foto als kleine pussier ja du kleine pussier du land lebewesen hardcore henry super du hardcore henry Heinrich Hardcore Heinrich komm Schwein Schwimmenschwinn deine Meinung zu Wasserschwennen welche Kapitänberger sie sitzen krumm hat Mandarinen am kopf so ich habe schon zwei Schweine in unserer Farm und eine Menge Hühner und eine Menge Hühner und eine Menge Hühner die Farm hat aber immer noch kein Dach stark wie ein Stiel habe ich da gerade fünf Kartoffeln aus einer bekommen ich glaube das Maximum ist vier plus einer vergiftete ich habe fünf rausbekommen gut weil ich eine einzelne abgeschlagen habe ich finde schön den Soundtrack von Legoracers 2 wie die da einfach Furzgeräusche reinpacken gut was ist das keine Ahnung gobit 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 hier vorne einfach so eine Crackhütte und du dann ein vernünftiges modernes Haus ja es war schon immer so es war schon immer so und dann sieht man da einfach nur die eine Szene oder macht ja macht ja ja halt so ohne Kontext einfach irgendwie und dann fängt er also dann dreht er einfach weiter seinen Texte ab Harry Potter es war schon immer so he 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 Harry Potter es war schon immer so es war es halt echt dann dien Werder dien dummen Land ohamma bin laden ohamma heißt ohamma heißt obama obama bin laden ich will immer noch das ist ein obama choker gibt die der 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 warum leben wir denn in einer Gesellschaft was soll das denn das ist das für ein nichtssagender Ausdruck ja Wir leben in einer Aktiengesellschaft. Eine Gesellschaft ist das Rückgrat einer jeden guten Anarchie. Wir leben in einer Aktiengesellschaft. 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 Hallo, Witch. Es ist falsch bei den Hühnern, dass die nie in ihr Gehege reingehen und immer bei den anderen hin. Ja. Herden. Die Hühner ziehen den Herden umher. Die Leute in Helden nennen euch ja Helden. Eigentlich sind in dem Skyrim-Ding jetzt da richtig viele Memes entstanden bei uns. Ich bin Österreich. Das Zeug könntest du wieder nehmen. Wie meint der denn noch? Ich warne euch. Achso, ich warne euch. Was war... Was gab's noch? Ich bin Österreicher. So war das doch wohl. Jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt hab, was mit Bergen zu tun hatte. Achso. Warum stehst du da oben? Ich bin Österreicher. Dieser Ausblick sieht nicht schön aus. Was? 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 Ich wusste nicht, dass du fast tot bist. Was? Was? Ich wurde von der... Fuck you. Du hast gesehen, dass ich gegen die Dingens gekämpft hab. Was? Fuck you, fuck you. Fuck you! Fuck you! Jetzt kann ich da schon wieder alles neu einordnen. wo 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 ich überhaupt eine Axt ich hab gefragt ob ich was essen will willst du was essen soll ich was essen soll ich mir jetzt was zu essen holen warum ist die tür hier in den Ofen Beiges 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 Bitches Make them bitches down to ash Melton Reiko Melton Hier ist ein Dorfbewohnerzombie, wollen wir holen? Nee Warum nicht? Wir haben keine Kein Zeug für Spiegeltränke Wir hätten eben einfach nur auf ne Wir hätten einfach die Dinge daneben lassen sollen und dann hätten wir das locker machen können Ja wow Hinterher bringen müsste es auch hättlich wenig Wieso nicht? Weil die da schon tot ist Ja Aber das hätten wir machen können Ja Hätte Hätte So soll ich mir eben jetzt etwas zu essen holen Ja Wenn mein Arsch er hätte wäre es Bangkok Ja An Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin gerade bei der Lava. Und da sieht was sehr cool aus. Darsilas. Adidas. Darsilas. Pendi, Pendi, Pendi. Kampft den Preis. Stampft das Eis. Stampft das Eis. Stampft das Eis. Warum? Stampft das Eis. Okay, aber warum? Stampft das Eis. Stampft das Eis. Machi. Machi. Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Das sieht so cool aus. Das ist cool. Ich liebe die neue Generation. Hä? Hä? Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Machi Pichu. Fische Business. Das ist übrigens irgendwie nicht mehr an. Schwommen. Was? Die gehen einfach nur runter. Ich sehe hier keine Wasserteile durch schwimmen. Ah. Warte, ne. Ich suche niemand, ich finde eine coole Welt-Generation. Ich fische, aber ich finde nur Fische. Das ist nicht was, was man tut, das ist was man hat. Ich tue keine Lust mehr, bei mir ist das aktiv, nicht passiv, genau wie es immer aktiv. Ich dachte nur kurz, er wäre ein Affe. Oh, das sieht cool aus. Jede fucking Höhle, die ich betriebe, der würde auch, das sieht cool aus. Das ist ein sehr großes Blatt gefunden. Das ist cool aus. Das ist ein sehr großes Blatt. Nischen. 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 Das ist auch cool. Nischen. Nischen. Nisch mehr. Ich würde aber davon nicht haben . Ich bin die Floris. Der Sprung? Maybe. Maybe. Aber der Rietu Witz hat wohl noch genau gemacht. Nee, schon. Bip! Puh. Cock. Ach nix. Fangen Fische. Zwei Fische! Ich habe übrigens Chocobo gefunden. Chocobo? Chocobo. Ich habe übrigens Chocobo gefunden. Den selben Song nochmal! Den selben Song nochmal! Den selben Song nochmal! Das ist ja normal zu tun. Und das ist ja normal zu tun. Das ist ja normal zu tun. So, was meinst du, soll ich das dann einfach hier weiterführen, indem ich jetzt diesen komischen Stream anfange, wo ich in Ancestors nur gefilmst? Ich weiß nicht, ob ich das will. Kuriko! Kuriko! Ich kann auch einfach nur die panische Werbung im Hintergrund laufen lassen. Kuriko! Kuriko! Du kannst ja gar nicht, weil dann hast du da automatisch auch die problematischen Sachen. Einfach nur, einfach nur im Loop. Kuriko! 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 Aber mit unterschiedlichen Seiten dazwischen. Und schon wieder geschrieben. Okay. Ja, gut. Dann macht der Tweet aber keinen Sinn mehr. Ja, ja. So, Minecraft guckst du hier oder sowas? Warte, wenn ich hier jetzt... Ten Hours... Monkey... Sound. Geht! Ja! Gibt's das Happy Monkey Circle meme? Möcci! Soll ich? Das lasse ich einfach im Hintergrund laufen. Ist mir egal. Ness! So, ja, Black Screen. Und die Kodierung ist überlastet. Ist ein sehr starker Affe. Alter, wie laut der wird! Die Alpen, als wenn man ihn stranguliert. Ness! 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 Sag ich dir aber tschüss! Bis dann! Warte! 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 Nein! Wollte auch wissen, wie ich den Stream jetzt nennen soll. Gäbe ich mir das jetzt wirklich? Wenn dann aber in leise. Soll ich mich nicht in ein Ohr schreien. Und dann machen wir was tolles. Obwohl das nicht mal so toll ist. Aber das ist einfach nur eine dumme Idee, die ich hatte und ich möchte die gerne machen. Das muss ich hier jetzt erstmal alles umstellen. Ich möchte gerne hier als Wartebild mal eben was reintun. So. Ach geil! Ich tutte aus. Egal. Nun. Der Mensch weiß einfach. Der Mensch weiß nicht, aber er seine Gülle. Obwohl ihn ja dieamotoer als Probleme geben. Gott weiß! Loch kommen! Ist das nicht toll? So, Bibliothek. Das muss ich wahrscheinlich auch noch leiser oder laut stellen. Habe ich hier Inzestis eigentlich schon drin gehabt? Gut. Ist der Affe noch da? Ich brauche den an meiner Seite. Nein, wir werden da jetzt nicht irgendwie neue spielen. Wir werden einfach weitermachen dort, wo ich schon war. Jetzt kostenlos, Step by Daylight. Das habe ich schon. Hau ab! Weiter. Ja, ja. Brauchst du nicht schreien? Das wird so dämig. Aber mal sehen, was man da für eine Scheiße machen kann. Also. Es ist warm. Ja, hier hat damals das Let's Bay geendet. Das ist übrigens nicht mehr so richtig, wie man es spielt. Ist mir egal. Okay, das soll dich nicht essen. Warum holt ihr euch das jetzt auch alle? Und springt die da runter. Was kann ich da ergreifen? So. Hier habe ich aus irgendeinem Grund einen Holzhaufen gehabt. So. Und ich möchte hier Mauern bauen. So wie ich das hier einmal komplett rumgebaut habe. desperate! Gericht nicht. Rückbau beginnen... Warum sollte ich's zurück bauen? Wo sind eigentlich die Babys? so wie fange ich dann am besten mal du bist hier ziemlich aus gefällt mir nicht ich glaube ich brauche noch ein weiteres teil zum aufbauen ich sehe halt so wenig weil ich vergiftet bin was soll das denn wo ist das zeug wo habe ich das hingelegt so Scheinbar kann ich das nicht. Oder musste man die unverändert benutzen? Das wäre natürlich blöd. Ja. So, und das will ich über die ganze Map machen. Das dauert bestimmt nicht lange oder so. So, endlich sieht man wieder was. Das nervt. Das fühlt wunderbar für YouTube ey. Was sitzen die auch hier draußen? Ihr seid hier nicht sicher? Das ist euch schon bewusst, ne? Hier habe ich immer noch nicht die 100%, also ich könnte natürlich immer noch besser werden, als... was ich jetzt bin. Und ich würde das alles nochmal nachsehen wahrscheinlich im Bett. So, und falls uns das jetzt so langweilig wird, können wir natürlich immer noch Assassin's Creed endlich mal machen, weil... Dann muss ich sowieso endlich mal anfangen mit. Gut. Dankeschön, das wollte ich. Das hat jetzt einfach alles zerstört. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Du bist so. Einfach immer noch hier rumschreien. Ich muss hier auch das richtige auswählen, wie es macht. gleich werden wir vermutlich auch noch von einer großkatze attackiert nicht unwahrscheinlich die sind hier nämlich in der ecke sehr viel ich habe das letztes mal weiter gespielt und da waren dann immer wieder welche ja Oh, da ist eine Schlange. Hier an der Ecke Schlangen, weiß ich nicht mehr. Das ist natürlich auch noch kalt. Irgendwo ist hier auch noch ein Jungtier, was außerhalb ist. Ich weiß nicht wo. Ich brauche Wasser, ich brauche Nahrung. Oh, da ist ein Jungtier. Oh, da ist ein Jungtier. Das ist ein Jungtier. So, da ändert sich nichts mehr, dann holen wir uns hier mal wieder was. Wir können aber auch alles einfach zusammenlegen und dann rüppertragen. Das geht aber am besten, wenn man hier eh schon draußen steht. Hier waren schlecht oder so. Jedenfalls waren sie es eben. Geht scheinbar nicht mehr. Ich sollte das nicht alle essen. Wo ist das Jungtier, was hier irgendwo ist? Da hinten. Setzen wir mal eben hier einen am Bett ab. Und holen den mal eben. Ne, warte, jetzt ist der wieder zurück. Okay. Ist der weg? So, hoch weg. Okay. Komm zurück. Expedition. Welche Expedition? Ich habe hier keine Expedition. Springe nicht runter. Da hinten bis zu dem Stein hätte ich gerne erstmal eine Mauer. Können auch gerade mal im Bett gucken, was wir alles noch verbessern könnten. Weil wir haben da schon relativ viel, ne? Aber da sind noch sehr viele offene Sachen. Was erwarten. Ja, das haben wir nicht sehr oft gemacht. Da bräuchten wir eigentlich glaube ich nur was in der Hand und müssen dann durchs Wasser laufen. Dann bräuchten wir vielleicht noch mal im Bett vor. Dann bräuchten wir vielleicht auch noch mehr. Nah, da sind wir auf die Luft. Mit dem starten. Dann bräuchten wir vielleicht ein paar Schritte. Ja, das war so ganz drauf. Also, ich bin ein Blick. So, das Name war. Das Name war. Das Name war. Das Name war. Nicht so. Dann greifen wir das und gehen durchs Wasser. Das Name war. Das Name war. Okay. Das ging schnell. Die Geräusche habe ich scheinbar nicht viel gearbeitet. Oder generell mit Sinn scheinbar. Die Geräusche. Das Gutes, das Gutes, nicht mehr zu fahren. Das Gutes. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich das jetzt mal anvisieren? Vielleicht? Wie lange wollen wir hier eigentlich scheiße bauen? Selbst hier liegen tote Und da schwimmt ein Kind Wo folgen die mir? So, ich will keine Expedition Das ist noch ein Kind Das sind die immer da vorne Wenn ich da hingehe, dann wieder nicht Ja! Ich habe wahrscheinlich eh nichts getan, wenn ich da runtergesprungen wäre Ach, das gibt mir jetzt einen Effekt Es gab vorher keinen Effekt So, ich kann das nicht Da ist schon wieder so ein Kind, wird lauflich, warum? Hier hätten wir Steine. So, mach mal. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Woher immer das gelag. Das sind doch so oft immer die Raubkatzen gewesen. Wo sind die alle hin? Das wäre jetzt natürlich echt gut, wenn ich jetzt 10 Stunden lang streame und das komplett durchgeht, das Video. Gut. Jetzt greift mich der blöde Vogel da an. Ja, ja. Schaffst du schon. So nahes von wollte ich doch mal killen. Warum seid ihr jetzt alle hier? Habe ich jetzt geschrien, dass die alle ankommen? Was läuft hier das Nas von? So nahe hinten fährt uns rum. So, ich glaube das hier konnte uns helfen. Und ihr sollt mir nicht folgen. Ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht. Das ist das Batch. Oh. So, nicht. Schuss, schuss, schuss. Das ist aber schneller. Wo ist das Nashorn jetzt hingelaufen? Das ist nicht, was ich suche. Das auch nicht. Das ist nur wieder die Schlange. Wo ist das Vieh? Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Irgendwie kommt da nur die... Ich brauche euch dafür nicht. Das ist nicht. Du hast ihn. Hn? Wo sind die Viecher? Die immer nur vor einem wegrennen, die man nicht killen kann. deswegen guck du mir jetzt hier nicht auch noch an ich hab hier meine Beute geholt und du musst mir nicht in den Weg kommen da gibt's hier Steine hier gibt's hier jeden hier liegen halt überall Steine aber ich kann die leider nicht nehmen ich habe mich schon bekämpft hier 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 Nicht gegen den! Nicht gegen mich! Weiß nicht was das bringen soll Ich bräuchte halt einen Speer Wie hab ich das früher gespielt? Ich glaub je älter du wirst, desto schlechter wirst du, dass wir spielen können Kämpft ihr gegen den! Nicht gegen mich! Ja gut! Tötet ihn! Ich hab gesagt, tötet ihn! Nicht tanzt mit dem rum! Oh, die könnten mir helfen! Krass! 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 Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Schlange gehört. Jetzt glaube ich aber nicht mehr, dass da noch die Leiche, die da eben von mir gemacht wurde, noch liegen wird. Ist toll ohne Ziel so rumzulaufen, das macht doch Spaß. Damit wollte ich hier eigentlich nur Nashorn jagen. Kämpfe. Gut. Gute Aktion. Das ist wohl auch. Komm her. da muss man sich ja auch noch antrainieren durch fleisch essen das nervt mich nicht Kommen wir hier auch einfach an, während ich hier esse? Ich bin ausgewichen. Ja, spawnte halt einfach neu. Warum nicht? Ja, spawnte halt einfach nicht. Ja, spawnte halt einfach nicht. Ja, spawnte halt einfach nicht. so ich wünsche mir immer noch einen zweiten teil von fehlt mir immer noch das einzige was ich darüber gehört habe ist dass vielleicht irgendwann mal einen geben wird aber jetzt wird erst mal andere spiel entwickelt kommt mich schon wieder an als wenn ich den noch nie mit einem granit stein attackiert habe ja ja noch mehr fleisch damit es mir richtig scheiße geht alles für die verbesserung ich glaube dafür brauchen wir auch einfach nur irgendeine komische mutation damit das funktioniert ist fehlt wahrscheinlich eine damit man dort verbinden kann so kommt doch hier jetzt gleich wieder aus irgendeiner ecke angelaufen weil die spawn dir meistens einfach nur hinter einem und das sind immer wieder dieselben die dir hin spawnen soll irgendwie rüberbringen wird die einen jagen jetzt hängen die hier natürlich im wasser rum jetzt kommt du nicht an so 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 kann man immer so schwer einholen die können glaube ich auch nicht mit den anderen da interagieren ja Da bist du ja, Rhinozeros. Ich hab nur keine Waffe gegen dich grad. Oh, die hab ich verloren. Da fadert Rhinozeros die ganze Zeit. Einmal bitte einen Stick. Ich hab mich leider schon alles abgefarmt. Jetzt bin ich auch noch müde. Jetzt renne ich weg, Rhinozeros. Ich brauch dich. Bist du überhaupt? Ich muss das wahrscheinlich noch mal anspitzen, damit es wirklich funktioniert. Das ist jetzt ungünstig. Ah. Das ist für dich. Das ist für dich. Oh. Oh, ich bin da. Oh. Ist das der Stein, den ich suche? So. Ah. Ja. Ah. 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 Wo ist das Rhinozeros jetzt schon wieder hin? Ich werde es killen. Ja. Endlich. Ah. 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 Scheinbar habe ich schon mal aus irgendeinem Grund einen Rhinozoos gekillt, aber noch nie einen weißen Makairodos. Gibt es hier irgendwo Steine? Wenn es hier welche gibt, dann werde ich sie vermutlich nicht riechen können. Geht es hier. Geht es hier. Was ist das? Ja, ich weiß, ich muss schlafen. Ich weiß, was ich gehört? Hey, weg geht's! Oh, 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 oh. eventuell brauche ich halt auch fleischfresser fleisch weiterzukommen ich weiß es nicht dass das funktioniert so Allesfresser hat mir das jetzt gebracht, weil ich pennen gehe, oder was? Okay. Jetzt brauche ich wieder Nahrung. Hä? Ich habe die ganze Zeit gegessen. Oh, du brauchst Nahrung. Oh. Oh. So ein Kind ins äußere Gebiet, wo es total unsicher ist. Wir können mal gucken, ob wir was aufbessern können. Das hört sich doch gut an. Da habe ich halt so gut wie gar nichts mehr geskillt. Oh. Oh ja. Da müsste ich erstmal Eier finden, aber da hinten bei der Schranke müssen ja welche sein. Da könnten wir mal hingehen. Ich brauche da sowieso was zu essen. Das reicht mir auch. Das ist ein kleines Wachstum. 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 Wir hatten bisher 14 Geburten. Okay. Nur 14. Könnte man da jetzt nicht irgendwie Generationswechsel machen? Warum geht das nicht? Da müsste doch jetzt Y stehen, aber scheinbar geht das nicht. Oh, muss ich noch mehr Kinder machen. Wachstum. Oh, das kommt. Du! Das gehe ich nicht ganz aber gut. Ich kenn mich ja auch nicht mehr aus. Ich weiß nicht warum das eine Leistung ist. Warum war das jetzt keine Leistung? Möge Das sind alles unsere Leute, die brauche ich nicht. Ich brauche euch nicht, habe ich doch gerade gesagt. Schon rennen sie einen hinterher. Auch keine Expedition. Ja, wir haben mindestens ein Kind, wir haben vier. Wahrscheinlich muss ich ein Erwachsener sein. Bist du ein Erwachsener? Ja. Ich bin in der aktiven Ansiedlung meines Clans. Wir haben mindestens ein Kind. Alle Festigungen wurden erledigt. WTF, warum sind die nicht mehr erledigt? Jetzt können wir Generationen wechseln. Dann können wir was spielen. Warum sind hier immer noch Kinder? Ja. Alles klar. Ich glaube, das ist verrückt. Ja. Ja. Irgendwie habe ich jetzt gerade, um vielleicht doch es uns weh zu machen. Wie lange haben wir das jetzt schon gemacht hier? Hier einfach nur rumblöden. Weil man kann. Können wir ja sehen anhand des Videos. Eine Stunde. Ist das überhaupt so lange gegangen? Ist das doch gut. Ja gut. Gucken wir doch mal an, ob wir endlich mal mit Assassin's Creed weitermachen. Weil das brauche ich halt wirklich. Das muss ich halt endlich mal machen. Das Problem wird sein, wenn ich dann das Video hier schneiden muss. Das wird sowas von wieder nicht funktionieren. So, aber erstmal hier raus. Ich hoffe, das hat abgespeichert. Jetzt haben wir wieder den Nasenmann. Der Nasenmann, der ist toll. Der kann alles. Der ist für dich da und für mich und für jeden anderen auch. Alsoと思います. Das ist ein ganzeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses welches.